So, willkommen zurück zu Minecraft Minigames Skywars Und diesmal, komm, wir gehen jetzt hier in den Solo Normal Oh, das geht gleich los, ja wow, cool Mal schauen, ob ich da jetzt mehr reißen kann Mal schauen, ob ich da mehr reißen kann Hä, wo ist mein Kit hin? Ach, ich hab kein Kit, ne? Mit einem Schwert hab ich, das reicht, so, das hier und da hin Das hier und da hin, und dann gehen wir rüber Kämpfen gegen Leute, so, ich mach ja jetzt nicht Hätten nicht lange rumgeschnackt So, den gönne ich mehr Ah Schon runtergefallen? Ja Der ist schon runtergefallen, dat waret So, dann hab ich mir den hier Hallo Ja, toll, bringt dir was, ne? Bringt dir viel Hilf mich ruhig ab Hast du keine mehr? Und jetzt komm ich rüber Hehehe Blödem Uh, das war knapp Hui Hui Tschüss Oh Gott Relax So So So, aber gehen wir jetzt hin Gehen wir weiter hoch, ne? Wird ich sagen Wenn ich mich jetzt dann runterwirf, dann hab ich halt verkackt Dann hab ich verkackt So Bin ich hier immerhin Gibt's hier so Komm mal hier runter Ja, wow Klingt mir nicht so viel Wie ich erhofft hatte So, ähm Hallo Na, wie geht's? Na? Hui Er hat einen Bogen Das ist gemein Ich hätte auch gern einen Bogen Hui Tschüss Nein What the fuck Wie hat der mich runtergeboxt? Nein What? Oh Gott Wie hat der das geschafft? Der hat mich voll runtergeboxt Meiße Okay Dann Noch ein Spiel Solo Wir sind Solo Wir sind Solo unterwegs heute So Insane Ne, normal Insane Mode ist mir ein bisschen zu insane Was ist das? Kit Selector Ich hab kein Kit dafür Leider Nehme ich das Die Vorkit gerne an So Los geht's Komm, komm, komm Gerne Zeit Zack Oh, Steine Was soll ich denn damit? Mann Ah, ein Schwert Sehr schön Das reicht mir schon Ähm Jetzt muss ich noch irgendwie Zu irgendjemandem andern rüber Am besten Ja, kein Plan Was denn für eine Map? Die ist ja gruselig Alter Wie soll man da denn rüberkommen? Wenn mich da jetzt nicht gleich jemand runterschmeißt Dann ist alles okay Einer ist schon runtergeflogen Dem sagen wir Tschüss Der ist glaub ich der AFK Den holen So, noch ein Stück So, noch ein Stück Ja, hallo Tschüss Tschüss Hat er seine Kisten? Der hat seine Kisten nicht gelootet Gut für mich Noch ein Eisenschwert Besser Ne, 6, komm Verzauber des Steinschwerts Besser So, was haben wir hier drin? Verzauber des Steinschwert Okay So Wir sind Da Keine Ahnung Was er gerade gemacht hat Ja, dankeschön Ähm Ja, was mach ich jetzt? Ein Bogen Hm Ich hab' Ich hab' Ein Stack Stein Hä? Ah ja, hast du Wow Wow Schön für dich Ich hab' Ein Stack Steine Das ist nichts mehr So wie es aussieht Okay Ich weiß nicht, was er tun will Das war's dann wohl mit ihm hier Okay Dann sag' ich einfach mal Tschüss Der hat einen Verzauberungstisch Aber ich hab' keine Level Und er hatte die ganzen Level Und ist mit denen in den Abgrund gesprungen Der Depp Ein Spacko, Alter Waa Haha Ich bin auch fast in den Abgrund gesprungen Aber der hat nix übrig gelassen, ne? Blöde Penner Wow Wow Fischen sie Hm Hallo Aha Steht jetzt auch nur rum Irgendwelchen unerfindlichen Gründen Steht ja nur rum Okay Oh nein, es leckt Und die Hälfte seiner Sachen sind runtergefallen Ist aber nicht so schlimm Ähm So, bei der Diamant Ähm Was, verdammt schon Projekt Protection Den Bogen hätt' ich gerne Oh, der ist schön Oh, der ist schön So, was haben wir hier noch Snowballs Und Bogen Uh So Wo ist er hin? Nicht mehr Egal Wir holen ihn uns Komm Deathmatch Komm Deathmatch Alter, die sind gerade selber angezündet Idiot, Alter Tschüss Und Tschüss Yay Ich habe ein Spiel gewonnen Uh Hätte ich jetzt nicht gedacht Ich habe nicht so viele Leute gekillt Nur drei Stück Aber wow Ich habe ein Spiel gewonnen Das ist cool Das ist sehr cool Dann, ähm Probieren wir es doch nochmal Im Team-Mode Im Normal-Team-Mode Als Kind-Armorer Schon mal die Armor Das ist nicht schlecht, oder? Ich meine Spiel gewonnen Darauf muss ich mich jetzt ausruhen Dann verliere ich wieder Also nicht gut Map is Onion Ring Oh, wow Schön Schöner Onion Ring No more game Mar game Mhm Nichts Absolut gar nichts Womit man was anfangen könnte Hier gibt es ein Schwert für mich Kann die Lava einmal Kannst du behalten Gehe mir die Kappe auf Ich habe das Schwert Und dann gehen wir auf den Onion Ring drauf Würde ich jetzt mal sagen Du, 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 du Oh, 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 oh Ich hasse mein Leben Tut mir leid, Team-Kollege Ich habe versagt Ich habe dir dein Schwert weggenommen Und bin gestorben Tut mir leid, Mar game Tut mir echt verfickt leid Tut mir echt verfickt leid Okay Okay Hui 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 Okay So Ähm, nee Normal Mode Machen wir gleich noch eins Wenn wir schon da sind Machen wir gleich noch eins So, dann machen wir die Runde noch Solo mache ich eigentlich auch ziemlich gut, ne Ja, ich darf nicht so überstürzt sein Aber man muss halt schnell sein Aber wenn in der Kiste nichts Gutes drin ist Dann hat man auch verkackt Acht Sekunden geht's los Ich meine, es sind schnelle Runden Das ist cool Das ist sehr cool Das ist sehr cool Das ist schnell Runden Und wenn das macht Macht Spaß Oh, Rot Was ist die Map Frostbite schon wieder Oh, nee Hä Gut Okay Oh, nee, Ruhe Äh, golden apple Immerhin Bersatz gar nichts Hier haben wir auch nichts drin So, der Rest kannst du haben So, aber die Kappe setze ich auf Hast du ein Schwert zufällig? Stimmt nichts bekommen Kein Schwert Oh, ma Min Okay Ja, dann bau uns wenigstens was ab Damit wir uns nichts oder so machen können Du Depp, Alter Bist du behindert? Okay, gehen wir in die Mitte Ohne Schwert einfach Einfach so in die Mitte Immer gut, ne Ja, immer gut So wie immerhin was zu essen Sonst echt gar nichts Bin am Stiesel, aber ich hab kein Schwert Weiß nicht, was ich tun soll Geh du vor, du hast ein Schwert Oh Oh, nein What the fuck Okay Ja, keine gute Runde Keine gute Runde Keine gute Runde Aber Egal Ich hab Eine Runde hab ich gewonnen Eine Baywars Runde Das Spiel macht echt Spaß Können wir theoretisch gleich noch eine Folge aufnehmen, oder? Hey, ich hab 1000 Coins, Alter What the fuck Hörb, irgendwas war erfüllt, ne? 15 Players in Solo Mode Bin in Game in Team Mode Oh, das ist schwierig Kill 15 Players Und Total Okay, das ist der Weekly Werdet ihr wahrscheinlich nichts davon machen Okay Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dann, tschüss mit dir und ciao